Alleine neue Bäder in einem unbekannten Waldstück. Guck mal, hier ist noch eine Ziege. Eine grüne Bergziege. Da kommt sie gleich, ne? Das waren nur die Pedale. Ich könnte einfach mal auffahren, ne? Damit sie hier reingeht, dass sie lieber über die Kugel gehen. Ja. So. So. Trotzdem würde ich jetzt auch Spaß haben. So was gibt es auch nur bei Angie und Melanie. Bei Merni und Bertha. Ja. Oh, was ist das denn hier? Ja. Ja, cool. Das ist so mega cool. Wo ist er denn jetzt? Da ist er! Voll verwinkelte Wann! Herrlich, diese verwinkelten Wege! Hallo ihr Lieben! Heute sind Melanie und ich wieder mal unterwegs. Auf einer kleinen Trail-Tour. Und erkunden für euch mal einen kleinen, unbekannten Trail. Kein Forstburg. Richtig schön snuckelig verwinkelt. Ziemlich holperig mit einer Hand schlecht zu fahren. Oh, da ist jetzt eine Hürde. Das wäre sonst fatal gewesen. Auf jeden Fall, ja. Wir fahren ein paar Tricks und wir hoffen ihr habt Spaß dabei. Wird ein kleiner Spot, aber wir hoffen, er macht euch ein bisschen Spaß. Bis dahin! Wohl, der Merkenswald! Im Hotel zum Wahnsinn. Da sind noch Zimmer frei. Und der Eingang dreht sich. Er wird zur Raserei. Es gibt doch nichts Schöneres als das Kleine. Es gibt auch kleine, unbekannte Wälder zu finden. Wo dann auch kleine, knuffige Träts drin sind. Weil der Teuto ist einfach zu matschig. Ein weiter Blick über das Land. Achter, unten ist ja Melanie. Kacka! Wie, da will ich runter? Selbstverständlich! Genau! Ich hasse Sand! Ja, muss ich ja. Ich muss ja irgendwie hier raus. Geht nicht! Boah, der Reifen ist voll! Ich hasse Sand! Kannst du zahe, was für dich um einen Rennen. Hast du das? Ich habe es nicht gesehen. Also, ich habe das Schürzeichen für Mitarbeiter zu zeigen. Dann kannst du jetzt mal meine Sohessies sein. Kannst du jetzt. Um es zugehört! Trabben. Und gerade wenn du das erd. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und da sitzen sie dann auch. Nicht da hinten hin. Von da und dann da rein. Oder von da, da drauf und dann da weiter. Das war's für heute. 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 Das ist eine große Reise. Das ist auch wieder ein cooler Weg. Was denn? Ja. Das coole ist, das ganze Waldstück ist fast einen Kilometer lang. Wir haben jetzt nur ein paar Passagen hier rausgefilmt und ein Video festgehalten. Aber der Trail ist doch immer. Trockene Wege, auch wenn es regnet. Kein Matsch, keine Leute. Nicht so überlaufen wie im Teuto. Es macht einfach momentan keinen Spaß im Teuto zu fahren. Deswegen fahren wir heute diese schönen unbekannten Trail. Für uns natürlich nicht unbekannt. Und es macht einfach nur Spaß. Oder wir würden sie alle durch mit dem Linken reden lassen. Wie läuft es, wenn es ihnen trudnet. Deswegen sind wir, wie sonst noch Bäumen drauf wie Atlassiert ReSA wenn mal gewesen. 2DS zu drinnen. Dort ist eine Vielzahl promised alles fest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020